Wir werden so gut schlafen. Oder? Wie wär's mit Sitcom Mania? Wenn das ein Rollenspiel ist, dann übernehme ich den angeickelten Sohn. Für garantiert manische Nächte. Das ist unser neuer Normalzustand. Ja. Wir schlafen gar nicht mehr. Mom, we speak's nicht. Jetzt reicht's, hört auf. Jeder auf eine Seite der Couch. Super. Sitcom Mania, die Late Night Edition. Heute 0.30 Uhr. Nein. Das gucken wir jetzt. Auf Comedy Central Plus 1.